Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde BILD BATTLE Wie beim letzten Mal, man hat 5 Minuten Zeit, um eine Sache zu bauen und Tidus ist dabei Hallo! Hi! Wollte ich mal was sagen? Ich bin jetzt nicht immer Modern Haus Irgendjemand hat da gerade ein äh äh Drachen Skin gehabt und der sah aus wie ohne Zahn Nicht dein Ernst Doch doch, musst du gleich mal gucken wenn Voting ist und ich hab kein plan wie ich ein Haus brauchen Alles klar, ein Modern Haus Ah modern oder nicht Ich baue einfach das Haus, das ich bei dir auf dem Server gebaute Ja aber das dauert zu lange Ja gut, wie viel länger hab ich dafür gebraucht? Keine Ahnung Locker über einen Tag Ich hab noch nicht mal angefangen Also in Stunden ein paar Ich hab noch nicht mal angefangen Sollte das vielleicht nicht so weit bauen Ne darf nicht zu groß sein, weil sonst Problem Sooo, ich glaub das wird hübsch so 5 Minuten sind halt so sau wenig Ja vor allem mit so modernes Haus Kannst du vergessen 4 Minuten noch Jau Mit letzter So Äh das Was brauch ich noch Den Boden Kann man den Boden auch nicht weghauen? Nein! Okay dann bin ich jetzt richtiger mal Was für ein Boot? Was? Den Boden Boden So Das wird super hübsch Leute, ihr werdet's sehen Oh Man kann doch mit den Tools auch locker den Boden komplett in einen Block verwandeln oder so Weiß ich nicht Achso, quasi wie im normalen OP-Bonus Ding Ich hab keine Ahnung davon Ich hab keine Ahnung davon Ich hab nie gehackt Oh nicht Du Hacker ey Ah, ich hab grad mal den Boden fertig Ja, ich hab auch noch nix Bei mir ruckelt das gerade voll Vielleicht weil du rennst Kann gut sein Das ist ne Möglichkeit Weiß PC Egal, dann gewinn ich wenigstens mal gegen dich Drei Minuten, okay ist vorbei, ich hab verloren Na positiv denken Tidus, immer positiv denken So Ja Ja, gut Wie sieht's denn bei dir grad aus? Leicht Wie schlecht Das schlecht So schlecht kann das ja nicht sein Doch Ich find's schlecht So Da noch ne Tür rein Dann bauen wir hier irgendwas hin So, dann brauchen wir Wie heißen Ah, Kacke Da Wie heißen Kacke Ich weiß nicht wie Kacke heißt So Dann muss das da hin Oder so Dann so Wie hast du dir denn Dein modernes Haus vorgestellt? Hübsch Hübsch Okay Ich kann ne Stelle nix bauen Ich bin einer der braucht Zeit Oh mein Gott Um erstmal ein Konzept auszuarbeiten So Dann machen wir Nein, das war falsch Machen wir das noch so Das wird super hübsch, Leute Äh, warum wir hier noch? Äh, sowas hin Mit welchen Gedanken gehst du da denn jetzt ran? Also wird das so ein Smart Home Mit Apple Produkten Oder Was ganz anderes Ne, das wird ganz stinknummern das Haus Scheiße ey, mein Haus sieht überhaupt nicht gut aus Ich hab gar kein Haus, was ist das? Ich werd das Dach nicht fertig kriegen Ich werd das Dach nicht fertig kriegen Ne, vor allem nicht in einer Minute Ah Haben wir noch eine Minute? Aber ich will auch nix Und so halbe, so halbe Sachen sind auch kacke Voll Die Musik erinnert mich an irgendein richtiges Lied Ich weiß noch nicht welches Weißt du was, ich mach das provisorisch Äh, wie heißen diese halben, halben Blöcke? Von Holz und so So Noch eine Minute, oder? Ja Wie heißen diese halben Blöcke? Äh, geil Ne, äh, da ist auch sowas Ich brauch hier, wo ist da Holz? Wieso gibt's da kein Holz? Da Ne, ist ne Holzdruckplatte Oh Gott Holz Sowas hab ich gesucht Okay So Falschräumen Da 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 So Keine Ahnung Vielleicht hier noch so ein Ding sind Damit das auch stehen bleibt und nicht runter fällt So Sieht doch Ganz okay aus Okay Ein Iglo Locker ein Tempel Da ist ja nicht mal was drin Ähm Okay Ja Obwohl Pup Wenn ich das so gut finde, müsste mein Super Pup sein Okay, ich mach das Pup Und das Ehh Ehh Das find ich nicht schön Ist halt ein Glashaus, ne? Ah, ich sag mal okay Weil es ne weiße Sofa hat Und weiße Sofa sind nur mal modern Ach, das hat Inland Oh, ne, da gibt's okay Oh man Wie Aber alle benutzen so weiß, ne? Weiß ist die Zukunft Kann man da reingehen? Da kann man tatsächlich reingehen Ja, gut Ähh Auch okay Weil weiß hübsch ist What? Das ist ganz cool Was ist das? Das gefällt mir Das sieht aus wie so ein kleiner Tempel oder sowas Das kriegt ein gut Ein Tempel? Richtig, keine Ahnung Sieht aus wie ein Flug Tower oder so Also meins hat nichts mit modern zu Lol Warum hast du eigentlich nicht dieses einige Worte Schnee sowas? Weißt du? Hab ich doch Du hast doch meins noch gar nicht gesehen Oh, okay Ah, das find ich eigentlich ganz cool Ich sag epic Das find ich cool Ich mag das So wollte ich meins eigentlich auch ungefähr Wow Warte, was? Lol Naja, aber modernes Haus Sieht für mich wie ein ganz normales Haus aus, eher gesagt Nein Ja, wenn du Ich werd so runtergevotet werden Der Baum ist ganz hübsch Nein Was ist das denn? Joa, ein weißer Block Ist ganz hübsch Ah, ich weiß nicht Pup oder okay? Was machst du? Ich mach Gut Okay Ne, ich mach okay Hä, das ist ja auch kein modernes Haus Kann man da rein? Da kann man rein Ja, kriegst auch ein okay Dafür, dass du noch Oh, du hast hier einen Block falsch gesetzt Aufm Dach Das ist meins Das sieht gut aus Ja, ne? Legendary Los, Legendary Go, go Na, das ist nicht... Ja, danke Ey, nicht hier wechseln Ey Oh, haben voll viele diesen Legendary Nein, ne, die hatten alle so einen grünen in der Hand Ich werd verlieren Aber man kann die Tür gar nicht aufmachen Doch, kann man, kann man Wie? Ja, wenn die nicht davor stehen würden, dann kann man das Oh, nein, jetzt hab ich Legendary gemacht Ja, ich auch Ja Pup Ist für mich kein modernes Haus Yes Ne, was, was Ich hab gewonnen Ich bin sick Wuh, 3,5 Punkte Aber geil Ich bin so schlecht Okay, aber ich hatte jetzt auch Ich hab ja, ne? Ich hatte trainiert auf deinem Server Ja Das kann ich auch nochmal zeigen Ich kann das eigentlich mal einblenden Hab ich davon ein Bild gemacht? Ich glaub schon Noch nicht Ich bin schon da Ich bin schon da Ja Ja Und zwar jetzt nichts mehr mit Battle Bild Bild zu gut Aber egal Guck Guck, sogar richtig schön eingerichtet Ja Bin zu blöd gerade Und sowas in der Art Guck mal, hier hab ich sogar eine Demo Sowas in der Art wollte ich eben auch bauen Aber in 5 Minuten geht das nicht Hier noch mit kleinen Swimmingpool Mit Monstern drin, die haben auch alle Spaß Jeder ist hier willkommen Was sonst Hier hab ich noch eine kleine Garage Wo allerdings kein Auto drin ist Ich bin leider zu arm für ein Auto Yo, Hacker Hacker Hab ich eigentlich Ich hab nicht mal ne Dia-Rüstung Pff, he he Ah pff Ja Das ist mein Haus Toll, oder? Mal ausleuchten Das ist ausgeleuchtet Ich weiß doch gar nicht, wo die ganzen Dinger herkommen Achso Ja, gut Ja, wenn wir das mal ein bisschen weiter weg angucken Dann wird es immer hin Tja, Aua 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 Wie perfekt der einfach trifft Im Aim Okay, das linke Ding Da ist vielleicht ein bisschen hässlich Da war bei Bist das Eis jetzt, wenn ich hier fucking platziere? Ne, wo? Nur diese ein Ein Diese dünn Ja genau Da darf nix nehmen Das hier hat dich inspiriert für das eben, ja? Ja, genau Okay, dann lass mal noch ne Runde spielen Okay Genug angegeben So Ja, dann, dann, ja Gut Egal Bist du drauf? Ja Ja Sind wir an der Party? Nein Wie macht man das nochmal? Äh, ja Ja? Oh shit, ich hab meine Tastatur umgestellt Ja, genau Hä? Ich mach ein Unzeichen, wenn ich Slash machen will Was? Was? Du bist auf Englisch? Du bist auf Englisch? Um X und Y Ja, hab ich Weißt du wie das rückgänglich geht, oder? Eigentlich schon Ja Ja Party Invite Tears Dex Ah Ah, wir sind schon in der Party Das löst dich nicht mal auf Ist ja cool Mh, okay Frauen skinn, oder? Und wenn du mit mir spielen willst, musst du fliegen Ich bin Dizzylicious Was? Das hab ich mir selbst ausgedacht Kannst du jetzt, äh, bei jedem Start machen Jedes Mal, wenn du mit mir startest, denkst du was? Ja 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 Juhu So Potato Potato? Okay Ach man Leute Ich brauch mal ne Tomate Potato ist Tomate, ne? Nein Potato ist ne Kartoffel Ja Okay Wieso? Ich wollte jetzt ne Tomate bauen Ist das denn ernst? Gibt es nix hellbraunes? Na Potato, Tomate, wie kommst du da denn drauf? Stimmt, Tomate ist das Ich hab keine Ahnung Das will ich Du bist Oh man Ich hab keine Ahnung Ja, man muss halt wieder irgendwas rundes bauen, das geht nicht Das ist unlogisch Unlogisch, runde Sache, den Minecraft bauen ist unlogisch So Na Leute, ist das ne Tomate Na Leute, ist das ne Tomate? Auf jeden Fall ne Tomate Potato Ja ne Po... Achso, ich brauch schon wieder ne Po... Richtig verwirrt Verwirrter Junge So, okay, ne Kartoffel also, ja? Ja ne Kartoffel Ja ne Kartoffel Okay Tomato ist eine Tomate Ja, gut, ich hab's jetzt auch verstanden, danke Heißt Sichel auf Englisch Sichel? Dieses, womit man sieht Dieses da, diese Sichel da Weiß ich nicht Ich hab mein Kopf ja auf Deutsch Ne Ho Nicht Oder was meinst du? Ja ne Ho Ding 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 Dafür, dass man so unter Stress ist bei diesem Spiel, ist die Musik ganz schön chillig Ja Ja Ja, ja, das ist die beste Potato...Potato? Ja! Potato, die ihr jemals gesehen habt So Ja, 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 mhm Und, in welcher Farbe machst du deine Potato? Oh, was ganz anderes, als du denkst Das ist keine Potato, wo ist das eine Potato? Ah, ich brauch auch was anderes Oh, ich hab's weggeschmissen So So Wasser Ich werd wieder letzter Ich werd letzter Ich hab nämlich keine Ahnung, was ich hier machen soll Nein, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll Äh... Wie hieß das? Kartoffel Mhm Wie, man kann nix... achso Was heißt Ho auf Eng... auf Deutsch? Hä? Ach, ne Hacke Okay Ho Ich glaub wir bauen quasi dasselbe Glaube nicht Ich denk schon Glaube nicht Was auch immer das mit einer Potato zu tun hat Och man, ist meins hässlich Warum? Ach, du wirst vor mir sein Easy Nee Doch, doch, easy Nee Wir haben noch zwei Minuten Drei Äh, eineinhalb Siehst du doch, rechts Ach, lol Ja 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 Oh Gott Ich brauch ein Schild Schild Das ist... Das ist... Ist der... Potato So So, okay, ich bin fertig Damit muss ich gewinnen Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich damit... Man Damit muss ich einfach gewinnen Warte, ich schreib einfach meinen Namen dazu Dann hab ich den Dizzy Bonus Dizzy Genau Bonus Aktiviert So So Gut, ich bin fertig Bist du auch fertig? Nein, ich muss mich grad voll hart beeilen Ach, Leute Das ist hübsch 15 Sekunden, 15 Sekunden, 15 Sekunden, 15 Sekunden Mein erstes Konstrukt, das ich gebaut hab, sieht einfach wie scheiße aus Aber wirklich wie scheiße Okay Ja, ich bin doch fertig geworden Oh, Gott Ja, gut, so kann man... Was ist das für ein Block? Das soll eine Potato sein, äh... Clay? Clay? Das ist bei mir so gelblich Ja, aber ich weiß es nicht So geleeartig Gilly What? Das finde ich geil Das ist geil Legendär Das ist geil Legendär Was ist das hier für ein blaues Ding? Ich hab keine Ahnung Das erinnert mich ein bisschen Mom? Äh, an diesen Typen aus... Äh, Toy Story Aus Toy Story Das ist ein Ei Lock an Ei An diesen Potato Typen, der seine Gliedmaßnahmen wegmachen kann Genau I'm a potato I'm a potato Man kann solche Dinge Äh... Poop Das ist Poop Das ist Poop Halt's Maul Das ist Meins Das ist Dein Was? Das ist nicht Poop Das ist Super Ah, ich hab nicht gewartet Das war Super Das war Super, Mann So, der kocht Wenn man nicht votet, dann kriegen die gar keine Punkte, oder? Weiß ich nicht Stimmt, der kocht Ja, für die Idee gibt's nen Good Das ist witzig Das kriegt nen Epic Oder Legendär Epic Legendär Epic Legendär Epic Legendär Meins ist Superschlecht Ich find das Legendär Ich schätze ich werd Achter oder so Es ist ein Ei Ähm Ne Wie hieß das ein Ei? Äh... Wow Du kriegst nen Super Poop Also braun hätte man ja wohl schon nehmen können, oder? Ja Oh, voll nice Du kriegst nen Epic Sieht voll geil aus Findest du? Oh, guck mal die machen das alle kaputt Leute, die machen das kaputt Ja, das kaputt machen Nein Voll assig Po-ta-to Das ist aber ne Tomato Tomato, ne? Potato Aber es ist rötlich Lol Was ist das linke? Ja, keine Ahnung Für mich sieht das aus wie zwei Augen mit Augenbrauen und Bart Ja So rum So rum So rum musst du's angucken So andersrum Da hat er so'n So'n komischen Schnauzer Okay Hä? Ein W? Keine Ahnung Du hast gewonnen, glaube ich Deins sah bisher am besten aus Mit dieser Einkartoffel, die da so schön gegrinst hat Ja Ich glaube nicht, dass ich gewonnen habe Was ist das? Aber du bist auf jeden Fall in den Top 3 Ich fand eins richtig gut diesmal Nee Doch, doch Oh, danke schön Bitte, 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 bitte Hast du auch nen Epic von dir gewonnen? Ja, okay, das war klar Bist du zweiter? Nicht wahr? Ich bin dritter Ich bin zehn Ne, ich bin dritter Nein Oh mein Gott Das war schlecht Ja Das war richtig schlecht Ich war zehnt Egal, davor habe ich gewonnen Das zählt Oh Wenn ihr das schon wieder vergessen habt, wie ich gewonnen habe Dann nochmal zurückspulen und euch das angucken Ach, macht ja nix draus, du bist vor mir Wenn ich zehn Minuten nur hätte, ne? Dann könnte ich viel mehr machen Ach, die anderen aber auch Ja Nee, nur ich Ach, du zehn Minuten und dann warten alle anderen fünf Minuten nochmal extra für dich Dann kauft man sich auf den Server Premium oder so und dann hat man fünf Minuten länger Ja, richtig Ja Dann hat man schon so vordefinierte Dinger und du musst das nur noch nachbauen Ja, genau Ja Okay Dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute Guck mal, hier ist ein Eisengolem mit ner Jetzt haben wir gar nicht drauf geachtet wegen den Drachenskinder Mit ner Blume in der Hand Blume? Da, hier Der Eisengolem Weiß nicht, wo du bist Wo bist du? Achso Hä, genau vor dir Hier, oh Äh, dreh dich um Geradeaus Rechts 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 drehen Äh, hier Du noch rechts, wo ist rechts? Ich glaub, du siehst mich nicht Ach, muss die anderen Skin bei mir noch Ach, hier, lol Oh, voll süß Nimm sie Wollen wir nicht töten? Wollen wir nicht töten? Hallo, er gibt ja ne Blume, da kannst du ihn doch nicht töten Kann sie ihn nicht nehmen Oh Und mit diesen schönen Rendezvous Von Tidus Und Sugar Bear Werden wir diese Folge Werden wir diese Folge Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute Würde mich freuen, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder einschören würdet Und dann bis zum nächsten Mal Und Tschüss Tschüss